Ja, mal mit meinem neuen Handy gefilmt. Ich finde, der macht ganz gute Bilder. Meine Lieben, ich kann es ja nicht oft genug sagen und deswegen auch dieses kleine Statement jetzt nochmal hier. Ihr könnt aufhören, euch zu beschweren, welche Videos ich auf meinem Kanal hochlade. Wenn euch nicht gefällt, was ich tue, dann deabonniert mich einfach. Da gibt es einen Knopf, da steht abonnieren oder abonniert, wenn man da drauf drückt, dann hat man mich wieder deabonniert. Ich lade im Moment Karaoke Videos hoch und es kommen noch 50 Stück und das könnt ihr nicht verhindern mit eurer ganzen E-Mail Schreiberei. Wenn euch das nicht gefällt, dann besucht einfach meinen Kanal nicht mehr. Im Moment lade ich Karaoke Videos hoch. Ja, ihr könnt also aufhören, mich zu beschimpfen. Das bringt alles nichts. Deswegen lade ich im Moment trotzdem Karaoke Videos hoch. Wirklich, ihr vergesst immer, dass das mein Kanal ist. Das ist mein Kanal. Auf meinem Kanal heißt mein Kanal. Und auf meinem Kanal, habe ich gerade gesagt, auf meinem Kanal heißt mein Kanal. Und auf meinem Kanal mache ich, was ich möchte und nicht, was ihr euch einfällt. Im Endeffekt ist es so, dass ich Content hochlade, den ihr akzeptieren könnt oder auch nicht. Ihr habt aber keinerlei Macht, mir zu sagen, was ich hochlade und was ich nicht hochladen darf. Ja, ich habe alleine heute vier Leute geblockt. Ich liebe diese, die vibrierte Zahnbuschung. Ja, die vibriert. Und das ist jetzt eine ganz neue Zahnbuschung. Ich liebe diese, die vibrierte Zahnbuschung. Die vibriert. Und das ist jetzt eine ganz neue Zahnbuschung. Das ist ja auch geil. Ein Gruß an Chris. Das ist ja auch geil. Ein Gruß an Chris. Der hat eigentlich auch schon seine Zähne geputzt und das Video genommen. Also, was ich sagen wollte. Ihr müsst da jetzt durch, denn ich habe noch 50 Stück. Und die 50, die werde ich nicht hochladen. Ja, ob man sich schimpft oder nicht, das ist mir völlig egal. Okay, völlig schmutz. Das ist mein Kanal. Meiner. Okay. Und wenn ich mir die Zähne von der Geräte oder der Dauer auf dem Mund lege, dann ist das auch ein Kanal. Okay. Wenn ich das hochlege. Hm, die ist toll. Hm, das ist wirklich ein reiser Zähne. Moment. Hm, noch ein bisschen. Hm, noch ein bisschen. Hm, hm. So. Hm, hm. Das sind so runde Dinger jetzt dran. Die ist neu. Seit ich vibriere eine Zahnbürste nehme, habe ich keinen Zahnstein mehr. Aber ich habe da hinten noch Probleme. Da muss ich mir den Zahn getragen haben. Das blutet jetzt noch. Also, was will ich mit dem Video sagen? Geduldet euch noch 50 Stück. Dann ist es vorbei. Dann mache ich weiter mit Otto Reuter. Das sind auch noch mal so 100 Stück. Sackgesicht. So, die Haare wachsen. Gute Nacht. Deshalb hat es ja die Haare wachsen. Aber ich habe das ein Buch. Und jetzt. Ich habe das. Vielen Dank.